Hallo! Ah. Oh, oh. Sag mal, spinnst du oder was? Ist ja nichts gemacht. Wurscht. Hör auf. Nee, jeder bitte. Aua. Ach, mein Liebes Ziel gewechselt. Das ist so nervig. Immer noch. Kieks. Ich brauch ein bisschen Blut, wenn's recht ist. Wurde ein bisschen verletzt gerade von dir. Ist nicht so okay fand, übrigens. Was recht sie aber alles im Leben. Sag ich dir. Kieks. So, mit ein bisschen Glück sind dir... Ah, vergiss es. Im Bereich des Blauen, wo ich hingehen kann. Absolut nicht der Fall. Ich guck trotzdem, weil ich hier irgendwo hinkomme. Aber... Ich glaub natürlich gar nicht dran. Ja, okay. Noch kein Bagger. Du bist ein Bagger. Mann, Mann, Mann. Eine schön dicke Schaufel vorne. Ja, ich weiß nicht, so ein Bagger ist auch egal. Hey, du. Oh, nein, nicht mega wechseln. Kümmer dich erst mal ein, ja? Au, ey. Mach dir voll gut. Wie ihr nehmt das? Ja, ja, ist er. Aua! Was ist da für ne Fallgesau? Na, warte. Wenn ich bei dir erst mal bin, da oben so. Dann gibt's aber Saures. Ich komm gar nicht hin, so ohne weiteres. Er dreht mich mal Kamera, bitte. Nein! Ich komm doch nicht hin zu ihm. Ehe, husch mit Ehe rauf. Ah. Da ist noch einer. Ja, ja, du meinst. Autsch. Aua. Aua, aua, aua. Alter, das war eine harte Kombo von dir. Ey, mups. Nee. Lass mal sein. Das kommt nicht gut. Für keinen von uns. Au. Ja, ja. Das ist ein ganz krasser Typ. Danke. Ich da jetzt drauf. Geht doch. Hallo! Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ey. Wird das wohl hier aufhören mit dir? Geht doch. So. Liegt jetzt immer was auf dem Boden? Scheint nicht so. Auf jeden Fall glaube ich da auch wieder nicht durch. Es ist lockt. Ja, ja. All right, all right. Da komme ich rauf, aber es bringt bin nichts, natürlich. Hm. Dann kann ich die Quest wohl erstmal noch vergessen. Kann mich hier noch woanders hin, oder geht's die Bus? Nee. Schade. Aber die Quest für irgendwann später. Es wird bestimmt auf der Story freigespielt, da drüben, der Bereich. Ich gehe mal stark davon aus. Rein weiter. Hier weiß ich immer noch nicht, wo ich gucken soll, weil... Ne? Wissen wir ja. Erfolgreich. Krass. Da muss ich sowieso hin. Das geht immer noch nicht. Und das kann man auch nochmal für die Karte verfolgen. Irgendwo da. Muss ich jetzt auch mal noch finden, aber trotz alledem... Habe ich ja noch nicht bei der Person freigeschaltet, weil ich... Wenn ich einen finde, wahrscheinlich den ich gerade schon gesehen habe, irgendwie. Aber ich will ja entscheiden können, wen davon ich das gebe und dann ist es immer noch nicht raus. Ah, das ist alles schrecklich. Dann nehmen wir halt diese Quest hier. Da muss ich eh hin. Stimmt's? Jawohl. Dann wollen wir mal. Ähm... Ja, ist okay. Weil ich hier glaube ich auch nicht weiterkomme. Oder... Aber nur da rein und dann nicht da weiter. Ist ja auch doof. Ich komme hier durch. Da lang. Kompliziert. Ich habe bestimmt einfacher haben können, oder? Ey, Skull. Gib an Skull. Ha, 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 ha. Ist lustig. Ist ja unfähig. Niederes Vampirwesen. Und er lacht sich erst mal einen ab. Nicht mehr lange. Zack. Und ich will noch mehr von der Sorge. Worte. Lacht er auch. Wagt es nicht. Oha. Nicht auszulachen. Aufgescheucht. Fiks. Fiks. Warum ein bisschen mehr leben? Ich wollte jetzt linken. Was zum... Au. Alter, meine... Alt. Her damit. Ich mache mich hier gerade schon fertig hier. Ist nicht nett. Die ist durchwechselt immer. Oder die blocken. Je nachdem. Also beides so ein bisschen schuld gewesen gerade. Glaube ich mal. Zack, zack. So, jetzt hat sein Kumpel hier. Ja, ist doch gut. Komm, ich habe ein bisschen mehr Leben. Das hätte ich noch nicht. Also noch einmal. Auf die blocken hier. Was soll denn das? Fiks. Fiks. So, ein bisschen Ausdauer, bitte. Und jetzt bereue, was du getan hast. Aua. Bereue, habe ich gesagt. Dass die immer so sich schwer zu blüben bereuen. Mann, Mann, Mann. Das hat alles Sünder. Sünder, Sünder, Sünder. Und da kam ich gerade, oder? Und ich kam hier durchgelaufen. Aber er sieht auch aus, wie ich mich da hinführen würde. Ähm, links lang. Du hast auch noch irgendwas, was ich noch nicht kenne. Vielleicht kann ja sein, dass ich etwas übersehen habe. Und da ist doch schon was. Zwar nur gewöhnlich alles, aber na ja, immerhin. Immerhin. Man nimmt ja, was man kriegen kann. Doch schon wieder einer. Und ich glaube, ich habe da lang, wo ich hin wollte, der sieste. Müssen wir Umwege, aber nicht so schlimm. Bei dem bitte dran. Ja. Nicht decken. Sondern ich so feige. Nämlich schlagt wie ein Mann. Aua. Aua. Nee, du sollst nicht schlagen, wenn du einen Schlag einstecken. Hat da wohl missverstanden. Kann schon mal passieren, wenn man kein Gehirn hat. Zumindest kein funktionierendes. Aber ich kann auch aufholen, ist ja auch nett. Brauche ich nicht, aber nicht. Nimm diesen Schlag. Und führe dich damit. Lieb gehabt. Naja. Läuft. Wieder krasse. 5 EP gesammelt. Ich bin immer, immer reicher an EP. Das ist Wahnsinn. Und wenn die Kämpfe auch nicht leichter werden. Hä? Was war da vorher nicht da gewesen, das Zeug? Auch, ich war jetzt irgendwie da hingelegt, weil ich das Hauptstory mäßig feigeschaltet habe. Das liegt zwar erstmal in der Runde. Ich müsste also wahrscheinlich in jedem Bezirk, wo ich schon mal... So fühlt es sich jedenfalls an. Au, Mann. Auch damit. Au. Aua. Ach. Ich spiel doch nicht rum hier. Pieks. Pieks. Ich baue ein bisschen Auffrischung. Tut mir leid. Ist einfach so. Au. Ey. Mann. Wo ist mein Auto? Moment. 4. Haha. Ach, ich erwarte sowas, ne? Bin auch ganz überrascht, was ich kann. So. Ich gebe keine, mein Blut zu trinken. Keine Angst. Wobei, wenn ich halt wirklich... Was ist das denn hier? Aha. Wenn ich halt wirklich die Vampirarmee aufbauen wollen würde, was ich wirklich gerne würde, aber das Spiel lässt mir beschrieben, die Möglichkeit dafür nicht. Dann müsste ich ja alle mein Blut trinken lassen. Und es hat natürlich auch immer eine schöne Ironie, die Leute da... Äh. Eben zu Vampiren zu machen, die die Vampire ausrotten wollen. Also, allein deswegen würde ich es eigentlich sehr gerne machen. Aber... Wie gesagt, ich, äh... Kann und darf es nicht in dem Spiel. Aber das wäre auch mal ein tolles, tolles Entwicklerspiel. Äh, Entwickler, äh... Vampir-Spiel. Also, liebe Entwickler, die ihr vielleicht zuguckt von irgendwelchen Spielen. Da muss ja nicht von diesem sein. Weil ihr guckt natürlich alle meine Let's Plays, weil es klar ist, die Besten auf der ganzen Welt. Deswegen haben die auch zwei Klicks pro Tag. Wahnsinn. Ähm... Jedenfalls, wenn ihr irgendein interessierter Entwickler mal guckt... Ich hätte gerne mal ein Vampir-Spiel. So in dieser Art und Weise ist schon sehr geil. Aber... Mit eben völliger Entscheidungsfreiheit... Ach, Mist. Ob, wie, was, wo und wenig so ein Vampir machen kann. Also, wenn ich echt so eine Vampir-Horde erschaffen könnte... Und das Spiel auf diese Weise dann komplett beeinflussen könnte, wäre das schon extrem krass. Das würde ich total gerne haben, so ein Spiel. Ich komme da nicht rüber. Ich komme hier nicht weiter. Das ist voll doof. Dadurch kommen da lang, aber nichts ist. Ich war da schon gewesen. Ich muss nochmal links abbiegen, das aufmachen. Ich hätte es bestimmt schon aufmachen für diesen Weg. Das komme ich da nicht lang. Super. Oh, den ganzen Weg umsonst gelaufen. Und eine Schnellreiseoption gibt es auch nicht im Spiel. Das nervt mich jetzt gerade in dem Moment ein bisschen. Ist das was zum Mitnehmen? Tatsache. Also, ja, jetzt gerade wünsche ich mir eine Schnellreiseoption her, aber ist halt nicht. Nun ja, man muss über Umwege. Meine geht hier auch so. Dauert halt ein bisschen länger. Tja, Moment, warte. Da war ich. Ich muss da hin. Von da aus. Lasst mich mal eben durch. Ich bin Arzt. Stimmt wirklich? Ich verheimliche Lust meiner apierischen Natur, wenn ich das sage. Müsst du doch darüber kommen. Wobei, ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu weit zum Huschen. Kann durchaus sein. Da komme ich auch nicht rüber. Warum komme ich da nicht rüber, bitte? Oh, da geht's. Das ist viel weiter. Da komme ich nicht hin. Auch nett. Ich will da rauf. Ich will da rauf. Ich will da rüber. Geht alles nicht. Ich will huschen dürfen. Wow. Hast mich überrascht. Oh. Merkt man nicht, weil ich so gut reagiert habe, ne? Ja, ja, passiert. Ja, passiert auch. Aua. Kieks. Nicht blocken. Ja, blockt denn sowas? Feiche Eier. Uh, das war Tarttipp. Schon nur LHP. Feiche 2. Ne, ich deile nicht. Ich bin unsterflich. Mann. Oh, immer was Neues hier. Immer wieder ein bisschen aufgefüllt. Finde ich voll nett. Stabil, sagt er mir. Na, nicht mehr lange. Doch, hat er richtig. So, jetzt recht lang. Aber, ach so, da ist das Krankenhaus. Das hat jetzt viel gewesen. Ah, verlockt. Ein bisschen, aber ich gehe echt hier lang jetzt. Da bin ich doch falsch. Nee. Alles gut. Da, wo ich hin will, soll und muss. Feine Sache. Da komme ich ja auch durch, geruchte ich gerade. Hä, da bin ich doch da, wo ich eben gerade auf der anderen Seite stand, wenn ich da oben... Äh, habe ich es eben nicht gesehen von der anderen Seite aus. Zumal ich immer wieder durch. Aber darf ich nicht. Toll. Ich muss erst kämpfen, ja. Nett. Au. Hör auf damit. Das tut auch weh. Na, bleib dran. Ach, Vampir. Ach, wir kommen schon. Ja, genau. Greifen wir die falschen an. Mann. Pieks. Ist nicht nett, so was. Iiii, Knoblauch. Knoblauch, Knoblauch. Damm, dadamm, dam, dam. Knoblauch, Knoblauch. Lalalala. Ich kann hier nicht sehen. Ich kann hier nicht sehen. Und der stinkt einfach so. Knoblauch. Muss Knoblauch sein. Ich weiß ja auch, was ich finde. Ich muss eine Stinkbombe haben. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich fürs Protokoll. Schwert weg. Ich kann da gar nicht rein, okay? Also doch nicht. Na gut, wäre auch schlimm gewesen, wenn. Es zieht doch eindeutig danach aus, als wenn ich da durchruschen könnte. Passiert nix. Ich drücke auch gerade eh wie blöd, aber keine Chance. Weil es da vor einer Seite auch nichts gab. Ich meine, ich habe da nichts gesehen, wo ich hätte durchlaufen können. Also ich gehe mal davon aus, das sieht bloß so aus, als ob und ist einfach nichts. Ist ja auch zu hier. Hä? Ach, kam ich von... Ich kam von dort aus da ran. Oh. Da war ich hier noch gar nicht drin gewesen, in dem Bereich. Ich muss da hin. Oh Mann. Da kam ich echt von hier. Ah, alles klar. Ich dachte, das ist ja der Whitechapel-Bereich. Aber offensichtlich ja nicht. Ach so. Hey, Buddies. Das war eine schnelle Überraschung. Ich glaube, die haben das gar nicht zu würdigen gewusst. Zack, waren sie weg, haben sie hingelegt. Faule Schweine. So. Und ich laufe und ich laufe in die falsche Richtung. Hier ist es unglaublich. Hier ist es auch im Unterschlupf. Ich will es zumindest mal sehen, weil ich weiß nicht, ob ich da schon mal drin gewesen bin. Hallo, Großer. Ja, genau. Ey. Ich bin verletzt. So permanent verletzt. Das geht nicht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, mein Freund. Nicht auf mir sitzen. Ja, weißt du Bescheid jetzt. Das macht er nicht nochmal. Aufgrund mangelndes Leben. Mangelnden Lebens. Wo geht es dahin? Aha. Erstmal gucken, ob ich hier schon drin war. Ich bin mir halt nicht sicher. Aber die sehen sich halt auch alle ein bisschen ähnlich. Aber hier ist auch schon mal eine Tür. Jetzt lockt. Die in die Richtung zu. Ist alles klar. So, ich warf vielleicht schon. Ja doch, hier was auf. Wohl. Nee, doch nicht wirklich.